Am 20. Spieltag der Serie A ist der HC Mailand zu Gast in Genua. Goal und Unibet präsentieren die besten Quoten. Matchquoten Junibet Genua 3.45, unentschieden 3.15, AC Mailand 2.25 In den vergangenen sieben Ligaspielen musste sich der HC Mailand lediglich einmal geschlagen geben, auswärts haben die Rossene Riga seit Oktober nicht mehr verloren. Sollte Milan auch in Genua nicht verlieren und mindestens ein Unentschieden herausholen, gibt es dafür eine Quote von 1.30. Das Duell zwischen Genua und Milan war in der jüngeren Vergangenheit meist Toram, in drei der letzten vier Aufeinandertreffen fielen jeweils weniger als drei Tore. Sollte dies am Montag auch der Fall sein, bekommt man dafür eine 1.75-Quote. 21. Januar 2019, 15 Uhr, Stadio Luigi Ferraris Genua Der argentinische Nationalspieler Gonzalo Higuain ist Milans treffsicher Star-Angreifer und war in dieser Saison an sieben Toren direkt beteiligt, sechs Treffer, ein Assist. Erzielt Higuain ein Tor gegen Genua, erhält man dafür eine Quote von 2.48. Genua vs. Milan unter 3.5 Tore, Quote 1.24 Milan gewinnt 2 zu 0, Quote 10.50.